Oh echt, jetzt lebt es echt noch, mein Gott. Damit Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur weiteren Folge 7 Days to Die Multiplayer. Das ist fast schon weg, ja. Ich wollte gerade erst sagen, das wäre das erste Mal, dass keiner ins Intro quatscht, aber es hat nicht ganz gekriegt. Ja, ich wurde hier gerade vom Zombie recht hart rangenommen. Ihr hört sich auch, oh, hart rangenommen wurde der Snafo, wisst ihr Bescheid vom Zombie? Ja, was ist das? Also, es gehört, der Snafo ist dabei, der Shepard. Servus. Und der Mieter. Halli, hallo. Und der Snafo, der hart rangenommen wird. Ich werde immer hart rangenommen, ja. Immer. Gnallos. Oh, Bandit. Voll in den Banditen reingefahren. Lass doch mal deinen Scheissschädel da. Aufregend, aufregend. Na, weil das denn hier schon wieder eskaliert. Lauter Zombies hier. Lauter Zombies. Ja, ich komme zu nichts. Ich will eigentlich Holz holen. Ich will Autos ranchen. Mal diese Ausrede. Aber ständig schreit da jemand, das ist zum Kotzen. Wir müssen mal die Fortune ausmachen. Ja, hab ich ja schon. Wir sind ja schon aus. Es sind ja schon 50 Millionen Pfeile auf die drei da draußen geschossen. Um die erstmal irgendwie wegzukriegen. Läuft. Ich höre das schon so. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Da kann ich gleich mal anschmeißen. Das schießt wohl. Mach's nicht. Ja, mach das mal. Der Rest stimmt so. Jetzt gehe ich Holz holen. Endlich, ey. Oh, dann haben wir 1200. Ja, ich habe schon mal über 1000 Potassium oben reingelegt. Ja? Hm. Nur für dich? Wo hast du denn die rein gepackt? Ja, in Bauen schmelzt, Ding. Ach, da, Bauen schmelzt. Nee, das gehört in die Mietze. Ah. Dann spendigst nicht. Gut, dann haben wir ja ganz viel hier. Jetzt solltest du mal Holz. Dann haben wir 2000 Schießpolver. Das ist doch geil. Ah, nee, 2400. Da ist ja noch was in der Kiste. Geil. Hätte ich gerne alles ins Lachs. Nein, dann werden wir alle den Merken um... Äh, ist mir klar. Ich will ja nur Winchester. Ist klar. Ganze Benzin. Jetzt haben wir auch genug Benzin hier. Ach komm, Holz nehm ich mal mit. Wer weiß. Der Shepard zu nix kommt. 572 Eisenbischofspitzen. Okay, dann kann man auch da reinschmeißen. So. Brau und Schmelzdinge. Fichtenmoped haben wir noch nicht. Warte mal. Ein Fichtenmoped. Was ist denn da drin? Fichtenmoped. Kettensäge, Mann. Fichtenmoped. Junge, Junge, Junge. Das habe ich auch noch nie gehört. Oh, jemand wurde getroffen? Oh, mein Gott. Das ist schon das dritte Auger Blade, was ich habe. Ich muss hier die Scheiße mitnehmen. Ich muss erst mal zum Minibike. Alle mitnehmen. Ja, Auger Blades muss ich ja mitnehmen. Können wir neue herstellen. Können wir auch alle verkaufen. Au, die Soldaten. Nee, Auger Blades kannst du auch neue herstellen. Ja, genau. Können wir schon 350er, müsste ich ja machen können. So, wo habe ich den geparkt, ey? Mine. Peng. Mhm. Dann könnte es passieren, dass ich Rage quitte heute. Ja, genau. In jeder Aufnahmesession einmal durch die Mine gestorben. Dann ist irgendwann gut, ey. Hm. Ah, da können wir auch gleich mal einschmerzen. Blei. Verstehe ich. Oder jetzt mal die Forge packen, aber nicht anmachen. Ich save mal das. Das kann ich wenigstens verticken. Steine, Steine, Steine. Glas. Hier. Kann man jetzt einmal ran. Da kommen eine Schiele. Alkohol wäre gar nicht schlecht, denke ich. Aber ich kriege es wahrscheinlich eh nicht mit. Der Wille ist aber da. Weapon. Dann gehen wir doch ein bisschen buddeln und leveln, oder bitte? Genau. Ein bisschen Stahl zum Reparieren mitnehmen. Ja, vier Stahl ist noch nicht. Alles nur noch, äh, Budler hier bei mir im Team. Alle sind am Budeln. Oder haben Steine kloppen. Achso, ich weiß, ist schon gereichtet. Wir sollten noch Steine kloppen. Ah ja, Holz brauchen wir ja auch dringend. Und ist nichts mehr da. Nichts. Oder geht man jetzt raus und... Und hackt ein bisschen Holz, genau. Ach, dann soll ich mal eine Axt mitnehmen. Willst du Stealpicker haben? Hab ich schon. Ja, ja, hab ich schon. Ach, hast du schon. Aber ich brauche eine Axt. Äh, meine ich doch Steal, äh... Achso. Wächst. Also mit einer 250er geht's. 350er Eisenfeuerachs habe ich hier auch. Das reicht auch. Da brauche ich nicht so viel. Stamina. Oh Mann, man geht mir doch mal eine verkackte Shotgun. Hunting Rifle, Hunting Rifle. So, Ressourcensteine, Ressourcensteine mal. Hier, Bärchen da? So, jeden Stash haut's raus jetzt. Jawohl, kommt. Pon Boshimate, läuft. Junge, Junge. Ejo, 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 Ejo. So was. Fänk hier dann nämlich sogar mit, ey. In der Gunstore-Kiste, oder was? Ne, ich wollte schon sagen. Oh, ne Battery Bank. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Ich dachte, Alter. Überfährt mich auch noch. Echt, hab ich dich erwischt? Also es doch nicht mehr. Ja, volle Funde, ey. Ich bin noch mit Verbluten und Sterben, ja. So. Du brauchst noch Fahrerflucht. So, Ressourcensteine. Ja, 30 Minuten nur noch. Läuft. Ja. Okay, das Ziel-Sniper haben wir auf jeden Fall erreicht. Das ist schon mal eins. Zwar auch noch keine Bombe, aber so schlecht auch nicht. Okay, das war's hier auch, ne? Ach, ne, den Safe haben wir noch. Hast du denn im Hostel, oder bist du da? Ne, ich hab hier so'n, so'n... Sag mal hier, so'n Lager-Dinge, ne? Ach so, Lager. Oh, Shop-Gump-Parts. Arm-A-Parts ist das, was man immer findet, ja? Hm. Moll-A-Parts ist das, was ich jetzt mal hier weg machen, hier. Ob ich da voll kreuz machen kann. Pistole wäre ganz nice zum Verticken. Okay. 17 Uhr, wo bin ich denn überhaupt? Ach, läuft. Ist ja gleich um die Ecke. Das Schöne ist, ich hab auch noch 100 Schuss 7-6-2 gefunden. Hm. Kannst du so dein Schießpulver in deine Magnum-Munition stellen. Ach, das reicht für alles Mögliche, auch für andere Sachen. Joa, ja, mach was, Lachs. Dann siehst du, wie weit das reicht. Ach, dann geht es nicht, Schätze. So, lass dich um den Zombie kümmern, ja, genau. Genau. Ach nein, das sind Schreierinnen. Ohne auch bei uns. Verdammt. Ich bin weg. Jetzt kann ich endlich mal in Ruhe farmen. Ich bin weg. Jetzt steht der Banditer bei den Bäumen. Und ich hab das Beiklang. Ist ja wunderbar hier. Ist das ein Hostel hier? Ja, komm, hier nimm den Banditen. Und die Schreierin kannst du auch noch nehmen. Okay. Help! Steht hier, help! Genau, help is good. Help! Da kommt Bandit, da kommt Meta, da kommt Bandit. Aber ich bin voll. Ich bin komplett voll. Aha, die Schreierin auch noch. Hier, hier. Sich mir markieren. Das ist ein Zombie für dich, du. Nimm den. Das ist ein Survivor, oder? Ja. Guck mal her. Wer stirbt zuerst? Zwei Zombies, oder Survivor am Kaktus? Ach, komm, jetzt sogar noch Bank, ey. Schaut cool aus. Gut, die Stadt lohnt sich auf jeden Fall nochmal. Na ja, 900. Das stört das Video. Okay, das passt. Dies passt schon. So eine Wolfshole wäre mal schön für ein paar Zähne. That hurts, ja. Kann sich der Bandit da mit denen umschlagen. Ah, das ist Spaß. Jo. Überlebt er eh nicht. Okay. Aber noch lebt er. Siehste? Das ist aber nicht so lauter. Come on. Und wieder zum Hindern, ne? Wollte ich eigentlich gar nicht hin. Nein. Wenn du luken gehst, kommst du nicht drumherum. Alter, schießen wir mal das Minibike nicht so weit weg. Was ist mit dir? Ach. Was ist denn? Oh, den Kopf hat er geschafft, ey. Ist doch ein Ding. Ah. I've been expecting you. Oh, den Kopf hat er wirklich tot, ja. Der Kopf hat er wirklich. Ich glaube, dass du nicht bist. Der Kopf hat er wirklich. Ich dachte, du könnten dich von den Todes sein. Der Kopf hat er wirklich. Der Kopf hat er wirklich. Der Kopf hat er wirklich. Ja, was sollst du? Winchester Battle Top Gun Parts Gibt's ja nicht Na? We will all have the best merchandise Scheiße Watt war knapp Watt war knapp Naja wir kämpfen ja bei der Base mit Ne Monsterorde hier Schreie Horde Cops und 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 Footballer und Okay Kann ich also ganz in Ruhe weiter einkaufen willst du mir sagen Watt war knapp Watt war knapp Watt haben wir denn? Naja Okay nehmen wir jetzt 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 wird's hart Warum? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Time to move on You're not bringing counterfeit money in here Are you? Wollt sie krabbeln und wo ist der Kopf? Da Ah sind sogar zwei Cops Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Was hat er denn? Der Dicke Guck mal hier Vielleicht auch noch alles hat Bäm 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 Für alle. Oh shit. Ja, platz doch. Platz doch einfach, ne? Ja, platz einfach. Mach das doch einfach. Fritsch nicht so viel. Einer hat doch noch Munizierung gehabt hier. Ich muss einen Millimeter kaufen oder nicht? Super. Lose. What kind of lousy customer are you anyways? I thought you might be one of the dead. You have a great day now. Well, if you got money, I guess I can stand your smell. You're getting on my nerves, friend. Okay, okay, okay. habe ich gekauft alles raus alles muss raus so heute schottieren wir auch noch eine dritte oder fast hat sich auf jeden fall gelohnt 20 menge aber wie gesagt also kann paula kannst du vielleicht ein paar slacks der rest ganze magne munition und hier haben sie schon im block 7 6 wo habe ich jetzt 400 stück ich habe noch 33 gefunden so für dich was für mich gekauft ich sage ja nur für dich oder fertig obwohl ein paar schott ganz schnellste braun machen falls noch eine schule nehmen ja naja schott kann ich ja nicht mehr doch doch wenn ins gilt gut hoch hast und die schotte gut hab ich immerhin 100 kills mit fast gemacht vorhin das geht schrei mir nicht an vom meter ist gar nichts der liegt schön unten im keller mit dem bein nach oben meine sechzigtausend stein können wir jetzt mit steine werfen auf zummis ja und ich bring 400 schuss 7 6 2 an so eine shotgun und ein sniper ne kurz mal sagen drei winchester die langweilig naja erzählen wir einfach ein stein hier weißt du unglaublich hier drei auger blades sagt das können wir schon mal safen bald kommst du gar nicht mehr hoch hier repariert keine sau drei mann zu hause in der hüte weiß er ja wir haben ja gekämpft guck mal hier gammeln sie rum ey vor der kisten vor der forge naja hier banditenmaske sooo was fehlte denn hier bei der einschotty was haben wir hier noch mit und dann kommt da rein und dann kommt da rein Ach nööööööööööö Wollen wir weiter looten, dann kommt die Nächste kommen die eiskalt wieder, ne? Ach, können wir mal So.. Ogabblade, das ist schon ruhig Was brauchen wir denn noch hier? Ogabblade, das sind Repairkit und Stier, das bringen wir doch hin weil die haben die sofort gerufen so mal gucken was ich hersteller für eine qualität rein theoretisch 350 ja eskaliert doch nicht da draußen mein gott stimmt der nicht mit euch machen wir mal ein paar explosive feile damit du da mal raus gehen kannst und bumm 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 in ruhe ist man 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 haltet doch eure scheiß fresse hier draußen ja die feile dann aber brauchen wir dann auch definitiv fürs hochhaus ne ja müssen wir mal ausrufen ob die hat was zu kriegen das ist doch nicht normal was ist denn hier wieder los alter das hat keinen sinn hier mit der normalen und 400 schuss wie viele hier sind das macht keinen sinn feile feile ja da los ja noch ein bisschen kann paula kommen ja allerdings das ist eine chemiestation hier 29 naja hier nochmal achte den sag ich ja am besten ist wenn du immer eine reihe diese holzbike setzt dann gehen die schreie weg kaputt das ist keine rühre ja jetzt zwei stück mitgebracht die eine andere habe ich verkauft Sieben, acht. Hier sind noch sechse. Wie geht's ja los hier? Die Kisten hier aufheben. So. Na endlich explodiert mal was. Wahrscheinlich frage ich mich jetzt selber mit den Pipebombs, aber... So, dann schöner Abschluss zur Folge, ne? Joa. Bisschen kleiner Turbo-Tier. So. Nice. Da kommt schon wieder eine Schreiber. Ja, ich sehe sie. Das ist da nicht wahr hier. Oh Mann, man sollte es erst anzünden. Boah, kann man die wieder aufheben, die Pipebombs? Boah, das weiß ich gar nicht, glaube ich nicht. Doch, kannst du. Doch, kann man. Echt? Geil. Braucht man hier nur noch ein paar Dachluken, damit man noch hier durchwerfen kann. Das ist dumm, du kannst durchschießen. Ja, jetzt bist du tot. Aber schon ist Ruhe, siehst du? Ein paar explosive Pfeile, schon ist Ruhe. Ein, zwei die dann noch rumeiern, aber... Nix wildes. Juhu Leute, damit sind wir am Ende einer Folge, bedanken wir uns fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, alles andere in die Kommentare. Ja, der Meta ist wieder unten wahrscheinlich. Mach's gut, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ja, und ich bin dann erstmal auch wieder aktiver. Ja, der Meta, der kommt dann mal raus aus seinem Loch da unten. Ja, guck mal kurz durch die Luke. Genau, ich will mal kurz den Kumpel rausstecken. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.